jo liebe leute herzlich willkommen zurück zu lightsplay spongebob schwammkopf wir sind immer noch am stort mit patrick und ich habe mir das spiel jetzt mal so ein bisschen das ende angeguckt ja ich weiß wo der fehler lag ich glaube ich habe es ist da nicht aber ich weiß wie ich jetzt daran komme an diese zwei pfangen dann noch und ich weiß wie ich zum ende komme also ich habe jetzt mir quasi das ein bisschen gespoilert naja alles gut so jetzt muss ich schon legen gut dort waren da müssen wir rauf so da da und der fehler lag das ding habe ich nämlich gesehen nicht gesehen das war erst der fehler aber wir wollen uns natürlich jetzt erst mal den einen der dna und dann kriege ich relativ wie sie ich muss jetzt sogar überlegen wo die ich glaube ich glaube so viel zum thema okay aber nein ich weiß es eigentlich theoretisch aber ich muss ich muss jetzt nicht nur den kurzen gehen den links wechseln den charakter wechseln ich muss so die büscher finden so die büscher finden genau hier vor der weine das wollte ich eigentlich machen ja wie gesagt ich werde das wenn wir heute auf jeden fall noch zu Ende machen in dieser folge und erkläre euch es ist eigentlich total simpel wenn man es nur weiß ich habe es echt ich habe wie musst du mich wirklich nicht gesehen ja okay aber klappe so falsch falsch warum ich weiß dass es so simpel eigentlich ist es eigentlich simpel ich weiß wie das es geht doch nichts über den geruch von seifenblasen so frischer unterbox wie eine frühlingsbrüse ich fühle mich wie ein neuer schwach aber zur stelle die eine das hat übrigens hier nichts damit zu tun es ist eigentlich nicht so ich muss es mir jetzt überlegen das bau der weg war mega super combo ich habe mich mal ganz kurz in die ecke gelegt wie eine frühlingsbrise aber vorher möchte ich ganz kurz noch mal was vorbeigucken wir nehmen wir beide mit wir haben ja die aufgabe von die es erwischt natürlich was fertig finden ich muss jetzt aber klar wechseln ja das ist nicht wirklich das was ich im sinn hatte ich hoffe das ist alles durch meine versicherung gedeckt warum versuchst du nicht etwas weniger teures ich mal diese verrückten roboter müssen aus dem boot wenn du sie alle zerstört okay ich muss natürlich zum boot das heißt also ich muss natürlich das ding machen aber das ist eigentlich richtig ich habe das gefühl zu verdrinken das haben wir schon alle eh nicht Schöpfen! ich sollte nicht große töte spucken eigentlich ist der weg relativ simpel ich muss es noch hinbekommen ich stelle mich gerade noch ein bisschen dämlich also jetzt sind wir an der stelle wo ich vielleicht wollte den haken der hier oben weg den habe ich erst gar nicht gesehen das ist der erste und damit kommt die an den pfangenwender der hier unten drin ist wo ich es immer versucht habe nummer eins und verlassen aufgabe 1 erledigt so der zweite ist eigentlich auch recht simpel ich muss gucken wo der weg ist wo ich dahin muss ihr müsst da vorne vor dem boot jetzt sind ja kann ich das machen ja ist ja nicht über es selbst kriegt dass wir hier quasi nichts hinbekommen so das heißt ich muss kurz hier so muss alle stelle ich muss jetzt kurz wechseln ich muss ja die wurfdings haben ja und Wie viele davon muss ich denn tragen? So, Aufgabe L-Ladish L-Ladish Jetzt sind wir nicht von Mr. Krabs Und hier ist deine Nein, Pannenländer So, gut Ich gehe mal kurz wieder rüber zu So, jetzt kann ich wieder rüber gehen Wollen wir eine weitere Wunderbuchs Und dann müsste ich jetzt hoffentlich, dass ich nochmal Kommt wir hier weiter an? Wollen wir mal ein Problem? Ja, ne? Doch, eigentlich schon Müssen wir ja sowieso Also brauchen wir nicht zu Spongebob wechseln Damit kommt ihr dann rüber zu dieser Insel Ich weiß, es ist echt so simpel Aber wie gesagt, ich habe nichts weiter lassen Und damit aktiviert er quasi auch den Weg wieder zurück Ja, groß ist das für mich Da müssen wir weiter rein So, jetzt können wir hier zum Spongebob wieder wechseln Wollen wir mal? Ja, wollen wir mal kurz zum Spongebob So Dann hoffe ich, dass wir alles jetzt soweit haben Achso, ja, warte mal Wir müssen hier wieder nochmal zurück Wir müssen ja ganz normal in den Anfall zurück Warte, kann man das ja jetzt Können wir mal machen Moin Larry So, wir müssen jetzt schauen, dass wir jetzt mal eine von den Von denen da rüber gedreht bekommen, oder? Wir müssen ja den noch da Wir müssen ja den noch da rüber drüben, oder? Ich fühle mich wie ein neuer Schiff Hm 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich weiß, der Vorteil ist, dass wir jetzt hier einen Weg haben. Jetzt haben wir den Roboterplatz. Jetzt können wir hier zu Dings wechseln. Jetzt geht es einmal rüber zu Patrick. Damit könnte man weniger in den Pair reisen. Dann war das auch aktiviert. Jetzt muss ich überlegen, wie komme ich da runter? Das ist doch wohl, warte mal, das ist doch richtig so. Aber mit diesem Weg hier unten, wenn ihr dann hier unten irgendwann seid, könnt ihr euch den Weg zu dem anderen Dings freimachen. Komm mal, jetzt muss ich gucken, wo ich lang muss. Ich muss da hinten lang, okay? Ist das richtig? Ich habe ja noch Eis ohnehin. Ja, ist richtig. Und damit haben wir den Nächsten von Winter. Wie gesagt, ich musste mir das ganze Ding selber erstmal angucken, weil ich dann, ich wusste ja echt nicht weiter. Ja. Juhu. Und dann nochmal die Aufgabe eigentlich? Ach nee, die ist, oder nicht? Okay, ich nehme jetzt rein. Ich nehme ich den Weg, dann kann ich zum Schluss, ich nehme einiges. Ich nehme, ich nehme, du muss es mit. Ich nehme ein Wmin, dann kann ich es Ihnen nennen. Und dann füllen das jetzt. Okay, der ist doch alles. Jetzt gebe ich gern ein Wurf. Ich nehme die Wurfredge und vommerziert. Ich nehme ein Wurf. Und dann füllen das wird. Ich nehme deine Wurf. Und dann füllen das. jetzt gehen wir da rüber und dann müsste die aufgabe müssen für larry zu larry glaube ich gehen und dann haben wir euch die aufgabe ist der strandkönig hier nimm diesen goldenen pfannenwände und dann müssten wir eigentlich geschafft haben oder nicht was war das jetzt wieso bin ich jetzt gestorben noch mal quasi so dürfen wir eigentlich mehr oder weniger zurück können dass wir heute weil wir haben abgeschlossen sind durch wir haben es dann immer noch geschafft es gibt kein bau sind wir ganz immer noch irgendwo ein boss aber nein ich noch mal nicht so dann haben wir das auch die lagune mit 18.000 ich will jetzt gerade gucken die kula kuhn die haben wir ja mal gemacht jetzt gerade so das muss ich überlegen welcher der nächste sein dürfte die haben als erstes gemacht die jellyfisch ihn schon mal gemacht kula kula mal gemacht hier sind wir durch so ja mal alles gemacht dann gucken wir mal was wäre dann als nächstes anzustehen das haben wir auch wo man nicht rein hier sind bei 30 cent mountain der sandige berg sandberg den bräuchte man doch aber wir haben ja auch hier rock bottom dann machen wir jetzt rock bottom würde ich sagen dann kommen wir uns rein und darunter das ist ein ach so das hat also das ist warum der hier ist bereits eine runde schwamm und da hinten ist ein schwamm der fünf unterhosen trägt wow wir haben eine bonus eine bonus unterhose gekriegt cool wir können wahrscheinlich noch nicht rein okay 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 ja okay so viel zum thema dazu aber heute würde das der weg sein ich bin ja blöde momentan ich würde das schon noch gerne machen ich würde gerne auf die dinge zu holen da vorne da kommt man sich über das nächste level wird dann rock bottom sein würde ich sagen ich probiere jetzt hier noch mal und dann machen wir noch mal geht es mit dem level so ich hab doch alle 24 okay ich hab noch ich muss ein wohnen warte 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 ich würde eigentlich können ich könnte ja gegen links bei dinge tauschen aber ich würde eigentlich gerne wenn wir noch mal versuchen so ja verdammt wir haben ja jetzt genug jetzt also glänzende objekte gegen einen golden das ist ja qualitative handwerkskunst beehre mich bald wieder so super haben wir in der suche 25 haben wir gesammelt jetzt brauchen wir jetzt tauschen wir die ein und schaltung 12 bottom frei und gehen das ding in der nächsten episode an ich freue mich wenn wir einschalten würde hier bei spongebob dann denn und dass ob wir Vielen Dank.